Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie und Euch zu meinem wöchentlichen Impuls. Ja, heute nur ganz kurz, weil ich warte auf unseren Gast, Rainer Kallmund. Der kommt jetzt gleich und ich freue mich natürlich sehr auf diesen Abend. Und da bin ich mal gespannt, was der Rainer Kallmund uns alles so sagt, über Gott und die Welt, über seine Erfahrungen, seine reichhaltige Erfahrung im Fußball. Ja, ich hoffe auch auf viele persönliche Geschichten, die er uns erzählen wird. Und das wird bestimmt ein guter Abend. Von daher heute nur dieser ganz kurze Impuls. Ich wünsche Euch und Ihnen aus Klausen, der Cornelius auch, eine gute und gesegnete Woche. Alles Gute aus Klausen. Wir sehen uns nächste Woche und dann mit einem längeren Impuls.